Pharmacy Okay, jetzt ist man offensichtlich Bei anderen Also mit Mitspielern Was ziemlich nice ist Weiß nicht, ob der Typ mich hört Gleich gibt's ne Taste zum Reden Hello, can anybody hear me? Please jump for yes Okay, offensichtlich nicht, schade What the fuck ist das denn bitte? Okay, ist Outlast Trials denn jetzt so nett? Hat es ähnliches wie Trust in Murkoff Join the Reborn Okay, hier ist offensichtlich die Regent Training House Not Human Bambam Split Ich Obi-Wan Kenobi Not Human Open Trial Board The Trial Board Welcome to the start of a better you Select a trial to go solo or invite friends and restart your path Don't forget to select a rig before you start Rigs are experimental reusable tools designed to help with your therapy They require cool down after use They require cool down after use They require cool down after use Find them to uncover the secret history of the Sinjala Facility Stats Trials Trials Okay Bläh Oh shit Oh shit Ich bin grad überfordert ein bisschen Da ich immer noch nicht ganz checke was man hier lassen machen kann Was siehst du denn aus? Also wahrscheinlich ist es ein bisschen etwas ähnliches wie Dead by Daylight Würde ich mal sagen Wahrscheinlich haben alle anderen auch keine Ahnung was hier passiert Trials ready to get to the Therapie is ready, please enter the shuttle Sass Anyone? Nobody? Vielleicht so alleine? I don't know Hello 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 Is this your guy is his first time playing or what? Yeah for me it's my first time I've played this quite a few times but I'm on a new account now I had to borrow someone else's account because I didn't get access to the beta It's Charlie Okay gut, wie ist denn denn? Im ersten Trial You are the exterminator Only we can tell you what is true There is a snitch inside a prison preparing to testify against our truth Kill the snitch You are crazy And we will let you out And we will let you out What the fuck does he do to me? What the fuck? Alright guys lets go Was the fuck is happening? Snitches get snitch stitches. Pre-station easy. Alright, let's go through that. Thanks for co-op. It's gonna be an enemy right here, so just be careful. Reach the security room. Okay. How do I open the door? I have a problem. Run. 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 I think we lost someone. I have no idea what we have to do. We have to do it. We need to do it. Ich glaube, dass du kommst hier rein. Oh, mein Gott. What do we need to do? Hello? Get back! I love you. Oh. 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 Um... Guys, help me! We're coming to the nondon! Oh, hello! What the fuck is that spiel? Uh! Who the fuck is that spiel? Get to the snitch. Ich habe so Drogen abbekommen. Das ist so schlimm. Can't switch Rick. Ich sehe überall irgendwelche Gestalten. Das ist so schlimm. Ich möchte nicht Permette, bitte, bitte! Ich kann nicht mehr, ich nicht mehrmals... Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Was ist passiert? Ich bin so auf Drogen, Alte. Ich habe keine Batterie. Ich bin so auf Drogen, ich bin so auf Drogen. Was passiert hier? No! Oh shit! Run Forrest, run! Can't switch, Rick. I'm so high on drugs. I'm so high on drugs. Was müssen wir überhaupt machen? Hmm. I'm so high on drugs. 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 I need a lockpick here. I'm so high on drugs. 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 Uh... You see that? Over there! I think this could ha- Something useful over here! Was ist das bitte? Jetzt sind wir eigentlich noch zu viert oder zu dritt? Das ist so mies mit den Jumpscares in einem Super-T-Shift. Oh Gott! Oh Gott! Something useful over here. Find the key. Observe TV for Clue. Okay, einer ist schon raus. Okay, einer ist schon raus. Ich bin noch gar nicht angekommen. Observe TV's for Clue. Welche TV's man? Hier, pick this up. Er... Laufd. What the fuck Was ist das bitte Was findet hier bloß scheiße Wo bin ich Die anderen beiden sind Wieder weg Was ist das Antidote Ich glaube jetzt habe ich keine Halluzination mehr Find the key Check it out Dann sterbe ich jetzt nicht gleich Wenn das auch eine Falle ist Ich habe den key I found one key Are you following the TV screens Oh Gott Das ist ein verdammt Neidmer Ist wahrscheinlich niemand Etwas dazu Ich das nehme Okay Das ist ziemlich nice gemacht Oh Gott Ich habe einen Lockpick Es ist lockt. Kannst du das open? Wo bin ich hier? Es ist lockt. Ich geh mal zu den anderen. Wo sind die? Alte. Was zum Teufel ist das denn? Achso. Key crown. What? Wo zum Teufel seid ihr denn bitte hingegangen? Find a clue. Was ist das? Was ist das? Was ist hier denn los? Was ist hier? Die Kronen. Fuck! Ich bin fast tot. Hat hier nirgends irgendwo jemanden? Äh, nicht gut. Was the fuck? Ich brauch doch irgendwo nen Scheiß-Heal-Kid. Over there, check it out. Das bringt mir nix. Was? Äh, nicht gut. Irgendwo muss doch ne Scheiß-Ding sein. Was läuft hier für ne kranke Scheiße? Ja. Ich brauche ein Lockpick hier. Ja. Vielleicht sterbe ich jetzt. Ja. Ich habe die Key. Äh. Ja. Ja. Ich bin tot. Das Zeug ist doch beschissen. Was passiert hier? Was zum Teufel? What the fuck? Noo! What the fuck is happening? Noo! Shit! Come on! You're bleeding out, you're bleeding out, if somebody doesn't help you, you will die! Don't run for us, run! Run for your life! Shit out there! Thank you! Alter, was ist das für die heftige Scheiße hier? Electrocute Snitch! Very good! I don't know! I don't know! Did someone open this? Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Almost! Almost! Nooo! Fuck you! I don't know! I don't know! I don't know! Fuck! Nooo! 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 für den Ich kann doch irgendwie helfen, oder nicht? Oh, wait! ich bin so doof! Guys come on to me please I just forgot to I have a heal kit Come on, come on, come on, come on, come on No, the other one is down That's my god shit witness No, no Come on, please I wish your mama was here to see you die And they come for you Slow down I just need to go for everybody Shit Shortcut Where do we need to go? Ha, cafeteria This isn't the right way This isn't the right way I got more Return to shuttle Where is this fucking shuttle? Here it says shortcut maybe Here Wait for the shuttle to arrive Alright, maybe not Alright, maybe not Where? Security room Come on 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 Nooo! Run for me! Union Go 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 go! Oh I see! You're trying to flag me and I'm gonna- Run for your life, Barrow! Come on! Nooo! Sorry! I'm not going back! Nooo! It's already been! Fuck! Come on! Y'all are all equal and right! Fuck! Das war's! Ich wollte ihn noch retten! Shit! Was für ne Runde! Alter Schwede! Das war intens! Was für ne Kranke! Was für ne Kranke! Scheiße! Scheiße! So gut! Viel besser als Dead by Daylight! Viel besser! Puh! Alter! Das war echt verrückt! Angela! Was für ne Kranke! Das war echt verrückt! Evidence Loaded Stats. Ok, das sind also Akten die man finden kann. No time to sleep, together we are strong. Tapping out, step on me daddy. Marathonian, Hordor, I don't know, Clear Vision. Neuromads. Das game is fucking crazy! Gut, ich würde sagen, das war es erstmal mit dem First Look, so zu sagen Bei Outlast Trials Im Multiplayer Vielen Dank fürs Zuschauen und Wir sehen uns Im nächsten verrückten Crazy Stuff wieder Haut rein, bis dahin Ciao mit V Tschüss